Der lässt sich bitte nicht in meine Mülleimer blicken. Das ist so behindert, das ist der Hand. Was? Beleidigst du mich jetzt hier oder was? Ich hab dich nicht beleidigt. Ich habe dir Gesundheit gewünscht. Achso, na dann ist das ja okay. Erstmal eine Diamantschaufel machen. Meinst du? Ja, oder Stufe 11 verzaubern. Meinst du? Ja, meine ich. Alter, bist du doof. Warum? Diamantschaufel. Hä, wir können es uns leisten. Deswegen mache ich es. Effizienz 1. Wir können es auch irgendwie nicht leisten, ne? Nee. Nee, wirklich nicht. Wie viel haben wir noch? Fünf Diamantschaufel? Fünf. Toll, super, dass wir so sparsam sind. Alter, wie viel haben wir gehabt? 55. Ach schön. Also, dann mache ich mal einen Weg. Wie breit soll ich den Weg machen? Zwei, ne? Aus was machst du jetzt? Stein. Stein? Ich mache in zwei. Aus normalen Steinen oder was? Ja. Dann mach doch dieses gepflasterte Stein. Stonebreak? Ja. Meinst du, sieht geil aus? Ja, sieht geil aus. Sammy, geht das noch in die Breite? Oder bleibt es so breit? Ich glaube, es bleibt so breit. Ich mache erst mal, lasse ich mal so, okay? Okay. Only for the safety of the world. Genau. So, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht hier. Scheiße. Ja. Alter, mein Bruder kann viel besser bauen, ne? Nee. Eigentlich müsste der mal echt als Gast so und dann uns irgendwas bauen. Einfach, einfach nur so. Ja, genau. Einfach nur so. So. Also soll ich Stonebreaks machen? Jo. Gut. So, Erde. So. Zipzig, zipzig. Boah, jetzt nervt das hier, wa? Boah. Was machst du denn? Ja, dieser blöde Erdhaufen da. Was? Dieser Hügel hier. Hast du wieder in die Hose gemacht? Genau. Das wollte ich dir nicht sagen. Oh, und schon keine Stonebreaks machen. Das ist ja toll. Hat ja lange geheißen. Das ist ja, hat sich ja gelohnt. Du, ne? Mein lieber Scholli. Scholli? Scholli mit Olli. Scholli die Scholle. Genau. Das wollte ich damit sagen. Die Olle Scholle. Oh, die Olle Scholle. Ey, das Olle-Witz mit Stonebreaks, das passt mega hast du in die Landschaft. Nee. Musst dir mal angucken draußen. Nein. Musst dir wirklich mal angucken. Nein. Du bist ein Junge. Nein. Scheiße. Das heißt ja Spaß. Steh doch mal zu. Ja, stimmt. Ich stehe dazu mit meinem Rosenwort. Bodenwort. Genau. Wo war ich? Weiß ich nicht, hab ich grad erraten. Ach so. Mit geblühten Streifen. Geblühten. Ah. Ah, okay. Dann ist das quasi Maggi, oder? Ja, kann man's auch sehen. Ja, kann man's sehen. Okay, dann hab ich's total verstanden. Mein Beileid. Mein Beileid. Passiert. Passiert. So, der Weg zum, äh, also, lässt es so breit. Ja. Okay. Wir machen's auch so mit Beschilderung und sowas. Das ist so ne richtig geile Stadt. Ja. Ich mein, why not? Ach, da gibt's viele Gründe eigentlich. Weil du scheiße bist, dann weil du scheiße bist. Und, warte, weil ich scheiße bin. Frag mich jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ach, hält sie hin. Nein, ich habe unseren Tod gefragt. Was? Es gibt nichts zu lachen. Nix. Lässt es über unseren Tod. Ja. Alter, warum rauscht es gerade so bei dir, ey? Ist ja immer schön. Bei dir geht's gerade. Bei dir geht's gerade. Also lieber Zuschauer, äh, alles mir ist schuld, ne? Weil bei ihm TeamSpeak wohl nicht funktionieren, oder? Alter, warum rauscht es gerade? Keine Ahnung. Ach, du bist lauter? Nein, ich bin nicht lauter. Nö. Bin ich lauter? Bisschen, ja. Nicht gerollt. Wir gehen mal schlafen, ne? Ja, komm nach, zwei Morgen. So. Alter, warum rauscht es so? Das ist voll nervig. Boah. Genau. Genau. So sieht es nämlich aus. Alter, wie viel Erde das einfach ist. Trinken? Stimmt, gute Idee. Ah, jetzt bin ich leer. Jetzt bin ich leer. Echt? Ja. Sammi, magst du nicht was zum Thema Vasen und, äh, irgendwas erzählen? Nein. Warum nicht? Ach, nicht nur. So als gutes Vorbild für die Zuschauer. Genau. Also die meisten können es sich wahrscheinlich schon nehmen. Nein. Was gibt's denn da zum Lachen? Ich atme. Achso. Das ist ein komisches Atmen. Gefällt mir nicht. Das ist normal. Sammi, du weißt das nur nicht. Achso. Ich habe nämlich Pikachu befragt und der hat gesagt. Oder auch. Nein. Und der hat gesagt, dass Mewtwo riecht. Nee, das finde ich jetzt echt absurd. Du verstehst die ganzen Insider jetzt nicht mit Mewtwo und so, ne? Nein. Ja, alles Pokémon. Deine Mutter ist auch Pokémon. Woher weißt du, ne? Nein, okay. Ernst, also. Nein. Das kann sein, dass wir wirklich die ganze Zeit nur scheiße brabbeln, ne? Nein. Boah, Junge. Das ist Skill, weil wir YouTuber sind. Nein, Arena Zoom. Achso. Aber das lernst du alles noch. Ja. Oh Gott, hoffentlich war es kein anderer Chunk, sonst habe ich jetzt keinen Stein. Sonst war der gleiche Chunk, oder? Das war der andere Chunk. Toll. Toll, ne? Ja, das ist echt genial. Das finde ich eigentlich auch genial. Muss ich ja mal dazu sagen. Ich habe gerade kein Wort rum. Achso. Ah, meins ist es gut? Ach, ich probiere mal was aus. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß jetzt gut, ist ehrlich gesagt. Ja. Ist gut? Achso, äh, keine Ahnung. Ach, komm, ich mache jetzt mal was ganz, ein ganz außergewöhnliches Rathaus, okay? Warum kann ich dir da nicht glauben? Das wäre wahrscheinlich so ein Einblockhaus, oder? Bestimmt. Ne, es sieht echt geil aus. Meinst du? Es geht voll so, ja. Ich habe den Weg so ein bisschen geschlungen gemacht, okay? Also, dass der nicht so ganz gerade läuft. Das finde ich scheiße. Ja, okay. Ja, hast recht, es liegt aber an den Bäumen, die hier rumstehen. Ja. Ja, es geht eigentlich. Geht in Ordnung, ne? Nein. Alter, was ist denn das bei dir am Rauschen, du? Mein lieber Sohn. Bin ich dein Sohn? Ja. Dann musst du mein Vater sein. Nein. Ich habe dich gesucht. Oh Gott, nein. I. Verschmierst du deinen Sohn? Ja. Ich ihn auch. Gut. Luke, ich bin dein Vater. Ich auch. Geil. Ich bin mein eigener Vater. Ja. Ja, das ist Skill, Junge. Aber du hast auch... Jetzt reicht es aber. Jetzt ist genug. Das ist wahrscheinlich voll scheiße für die Zuschauer, weil sie einfach nichts davon verstehen. Ja, die verstehen sowieso die Hälfte nicht, was sie labern, ne? Ja, das sind alles Insider. Also, ihr versteht alle nicht. Also, macht euch keine Sorgen. Nein. Ich mache mir jetzt aber Sorgen. Und jetzt? So. Na. Nein, das war doch. Alter, kannst du mal die Fresse halten, Junge. Nein, das war doch. Nein, das war doch. Nein, das war doch. Nein, das war doch. Vielen Dank.